Es liegt klar auf den Füssen, um was es heute geht, und zwar um Herrenschuhe. Die Welle der androgynen Mode ist im Moment total aktuell. Die Frau zieht sich eher männlich an. Und natürlich muss der passende Schuh dazu. Das Lexikon, welchen Schuh heisst und wo mit was angezogen wird, 1 zu 1 jetzt bei uns. Was ist ein Derby, ein Oxford, ein Brogue, ein Budapester oder ein Double Monk? Ja, diese Ausdrücke gehören mir immer wieder. Und doch ist es ein bisschen konfus, zu welchem Schuh der Name passt. Ich fange ganz von vorne an. Und zwar beim ersten, und zwar der Oxford. Der Oxford Schuh ist eigentlich ein britischer Schuh. Der sagt ja schon den Namen, der sehr schlicht ist. Es ist eigentlich ein Schuh, der auf dem Parkett gehört. Ich kann sagen, ein Tanzparkett, der zu einem klassischen Smoking getragen wird. Oder zu einem schönen Anzug. Einfach sehr, sehr basic, sehr, sehr schlicht. Ohne irgendwelche Schnickschnack. Das ist der Oxford und er sieht ungefähr so aus. Wie meine, die ich zu Hause habe und wahnsinnig liebe. Ich gebe Vorzugen bei so einer Oxford Schuh, dass er aus Lack ist am liebsten. Ich finde es, es sieht ein bisschen frecher aus. Und ich kombiniere meine, zum Beispiel auch mit einer Jeans, die ich so hochkremple. Vielleicht sieht sogar bei den Jeans noch ein bisschen roter in ihnen aus. Als Reminder. Und dann dazu eine lässige Bluse, ob es jetzt weisse ist oder mit weissen, mit etwas rotem drin. So kombiniere ich das und einen schönen Foulard dazu. That's it. Und noch zum Schluss ein Tipp. Ein schmaler Fuss mit niedrigem Spann sieht besonders gut aus in meiner Oxford. Der Derby. Auf einem europäischen Kontinent ist das sicherlich der meistverbreitete Herrenschuh. Und jetzt auch unser Damenschuh. Was ist die Differenz zwischen dem Oxford und dem Derby? Das ist eigentlich die Lappen, die da sind. Es hat so zwei Schnürungen, zwei Lappen, die auf der Seite angenäht sind. Eigentlich hat es eine offene Schnürung, die viel einfacher ist, um da rein zu gehen. Und der ist aber auch schlicht. Es hat noch keine Löcherungen oder Verzierungen. Sondern er hat wirklich die dominante Lappen, die überkommen. Das ist eigentlich der Derby. Ob jetzt in einem Lack oder in normalem Läder. Hauptsächlich sieht man aber den meistens mehr in normalem Läder. Und das ist die Differenz zwischen dem und dem. Dann sieht man sogenannte Quartiere. Und da ist einfach die Schnürung viel, viel offener und somit auch einfacher, zum reinkommen. Und es ist eher ein Alltagsschuh, den man wirklich jeden Tag brauchen kann. Derbys trage ich am liebsten mit klassischen Hosen. Klassische Hosen in dem Sinn. So Gino Hosen zum Beispiel, die man hochkrempeln kann. Klar ist dann immer das Thema, soll ich jetzt Söcken tragen oder nicht. Ist meistens bei den Herrenschuhen. Bis zu einem gewissen Punkt sind Söcken nötig. Oder die Kleinen wenigstens darunter. Aber dass man das Knöchle gesehen kann. Oder ich kombiniere es am liebsten dann, wenn es ein bisschen klassische Hosen ist. So eine schwarze, wie ich jetzt trage, mit einem Netzstrumpf. Kann sehr schön aussehen und ein bisschen die Feminalität reinbringen. Oder auch einen schönen Spitzenstrumpf. Und sonst darf gespielt werden. Also wenn man den Strumpf sieht oder den Socken, dann muss er ruhig ein bisschen frech sein. Ein bisschen gestreifen, pünkelt und so weiter oder ein Rautenmuster. Dann darf man ihn ruhig sehen. Für den Träger oder die Trägerin, die einen breiten Fuss hat und einen hohen Spann, ist der Derby perfekt. Durch das die offene Schnurung hat, kann man viel einfacher reinsteigen als der Oxford. Shall I take an Oxford or a Broke? So sagen die Engländer. Also Broke ist der mit den Löchern. Auf das kann man gehen. Und das ist ein Lochmuster, das der Schuh drin hat. Man kennt ihn auch die Eindrund der Budapester oder auch Golfer. Ich ziehe einen Golfer an, weil man die Löcher drauf hat. Und die Muster haben auch einen gewissen Namen. So in der Half. Das heisst ein halbgemusterter. Ein Full Broke. Oder auch ein Double Wing, der ganz bis hinten geht. Der ganze Schuh quasi verziert ist. Und die Verzierung sieht immer ein bisschen anders aus. Und der Broke sieht manchmal auch doppelfarbig aus. Man hat das bei Al Capone gesehen, wo es doppelfarbig war. Heutzutage ist es in allen möglichen Farbkombinationen erhältlich. Ich finde es total lässig. Ich liebe es heisst. Entweder ganz leicht im Braun oder in schwarz, wenn ich trage. Oder eben auch im Double Color. Wenn es Double Monk heisst, ist es dieser Schuh. Nicht der Monk, den man vom Fernsehen kennt. Mit den zwei schnallen Double Monk. Ich würde auch fragen, ob man überhaupt eine Röcke anlegen kann. Mit all diesen klassischen Herrenschuhen. Ja, wer gerne den Stil gehallt hat, kann das natürlich. Mit so einer Midi-Röcke. Der, der über das Knie übergeht. Vielleicht ein bisschen wallend. Und mit einem kleinen Socken. Aber ich denke, das ist eher für eine sehr trendige Frau, die sich wohlfühlt und sicher fühlt in diesem Stil. An und für sich ist es wirklich ein Schuh für Hosen. Für eine Hosenträgerin. Eben, Gino-Hosen, Aufenkrämpler, Jeans. Eine klassische. Ich finde, das passt zu sehr, sehr viel. Und gehört eigentlich in jedem Kleiderschrank. In jedem Schuhschrank. Und ist ein guter Ersatz zum sportlichen Sneaker. Und gibt ihm einen gewissen eleganten Touch. Also ich finde, das gehört drin rein. Probiert ihn aus. Ich bin schon lange Fan davon. Ich hoffe, ihr seht es auch jetzt mit diesem Team. Erhältlich wären die Schuhe, wenn sie wollen, und die meisten davon. Bei Ochsler Schuhen.